Die Geschichte der griechischen Mythologie Die Geschichte der griechischen Mythologie Genau diesen dramatischen Augenblick hat der Maler Rubens festgehalten. Rubens war berühmt für solche schwungvollen Bilder, die nur aus Farbe und Bewegung zu leben scheinen. Guck mal, wie sich das rote Gewand um Adonis schmiegt. Und wie geht die Geschichte weiter? Adonis hörte natürlich nicht auf Venus. Das passte den Göttern auf dem Olymp überhaupt nicht und sie bestraften Adonis. Sie ließen auf der Jagd ein rasendes Wildschwein auf Adonis los. Venus hörte nur noch das Stöhnen des Sterbenden und eilte zu ihm. Aber sie konnte ihn nicht mehr retten. Sie war untröstlich über den Verlust des Geliebten. Die Götter hatten Mitleid mit der schönen Venus und sie erweckten Adonis wieder zum Leben und nahmen ihn in die unsterbliche Götterwelt auf. Aber eine Strafe blieb. Er durfte nur eine Hälfte des Jahres im Reich der Menschen leben. Die andere Hälfte musste er in der Unterwelt verbringen.